Ja Magdalena Neuner, heute die große Party nochmal in Walgau zum Abschluss oder zum Nachhausekommen, wie man es auch nennen will. Normalerweise ist der April ja die Zeit, wo die Biathleten sowieso Urlaub haben. Hat sich denn jetzt irgendwas schon geändert bei Ihnen? Ja, ich habe wesentlich mehr Termine als die letzten Jahre. Also so richtig mit abschalten und erstmal nichts machen ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Also der April war jetzt schon komplett voll, der Terminkalender, also bis Ende April noch, der Mai ist auch schon voll. Juni fängt auch schon an sich zu füllen, also bis jetzt schaut es nicht ganz so nach Ruhe aus. Ansonsten ja, es ist schön jetzt einfach mal daheim zu sein, die Trainingsklamotten erst einmal im Schrank zu lassen. Also ich war bis jetzt erst einmal joggen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ja, ich hoffe, dass ich dafür auch jetzt dann bald ein bisschen Zeit habe. Wenn man irgendwie so einen Abschluss hat, auf den man seit Jahren irgendwie hingearbeitet hat, dann hat man oft das Gefühl, so eine Leere in sich. Haben Sie das gespürt? Überhaupt nicht. Also es hat sich eigentlich gefüllt von Tag zu Tag. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass mir jetzt irgendwas abgeht oder dass irgendwas irgendwie vorbei ist. Ich bin nach dem Winterstar, nachdem ich daheim gefahren bin, mitten in der Nacht aus Münchenheim, habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, okay, ich bin jetzt keine Sportlerin mehr. Ich fahre jetzt heim und es ist irgendwie alles vorbei. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, aber eigentlich schön. Ich habe es mir so ausgesucht und es ist genauso gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich bin wirklich am Dienstag in der Früh, am ersten Tag in der Früh aufgewacht, war bester Laune und mein neues Leben daheim hat begonnen. Normalerweise ist es beim Biathlon so, während der Saison berichten wahnsinnig viele Menschen darüber, Fernsehen, Zeitungen. Dann ist aber eigentlich immer Pause bis Dezember. Dieses Jahr überhaupt nicht. Es wurde über Schießlehrgänge gesprochen für Langläuferinnen, die vielleicht beim Biathlon einsteigen wollen. Jochen Behle ist vielleicht auch deswegen zurückgetreten als Langdorftrainer. Hat Sie das noch interessiert oder beschäftigt Sie das nicht mehr? Doch, es interessiert mich schon noch. Also ich schaue immer mal auf Biathlon online, was so passiert. Viele sind jetzt nach Kampschatka noch geflogen. Also für mich ist das schon total weg, wenn man denkt, boah, ich hätte jetzt keine Lust mehr nach Kampschatka zu fliegen und da Biathlon zu machen. Das mit Jochen Behle habe ich im Fernsehen erfahren. Also ich informiere mich natürlich schon, aber ich bin auch nicht mehr so eingebunden jetzt. Ist vielleicht auch ganz gut. Also ja, es ist halt jetzt die Zeit. Ich habe mich dafür entschieden, dass sich mein Leben jetzt nicht mehr nur um Sport dreht. Ich kann nachschauen, wenn mich etwas interessiert, aber ich muss mich jetzt auch nicht ständig damit beschäftigen. Sie haben sich ein bisschen offen gelassen, was als nächstes passiert. Sie haben gesagt, viele, viele Termine, aber Sie wollten sich auch ein bisschen treiben lassen. Geht das überhaupt oder sind jetzt schon konkrete Planungen, wie es weitergeht, jetzt schon vollendet? Also konkrete Pläne sind, dass ich halt meine Sponsorentermine habe. Das sind schon einige dieses Jahr, weil ich Gott sei Dank viele Sponsoren habe, die ja weiterhin mit mir zusammenarbeiten wollen. Und da bin ich ja dankbar dafür. Da habe ich auch viel Arbeit damit und das ist auch gut so. Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt, wirklich privat mich ein bisschen treiben zu lassen und mal durchzuschnaufen. Aber ich denke, das wird sich jetzt dann in nächster Zeit sortieren. Also ich bin jetzt seit vier Wochen daheim. Ich glaube, es wäre jetzt auch zu viel erwartet, schon Zukunftspläne geschmiedet zu haben, wie jetzt die nächste Zeit ausschaut. Ich werde jetzt erst einmal alles auf mir zur Kammer lassen. Ich habe jetzt dann ganz interessante Gespräche die nächsten Wochen und dann mal schauen, was kommt. Sie können uns noch nichts sagen. Nein, bis jetzt nicht. Nein, ich kann wirklich noch nichts sagen, weil es nichts gibt. 5000 Leute sind heute hier, um Sie nochmal zu feiern. Ist das eine Sache, da wollen Sie Danke sagen oder ist das auch eine Sache, die Sie genießen wollen? Beides. Also ich möchte natürlich Danke sagen ganz, ganz vielen. Also da weiß ich gar nicht, wo ich anfange, wo ich aufhöre. Ich habe heute vor dem Mittag schon überlegt, okay, bei wem bedankst du dich? Eigentlich kann ich nur sagen, ich bedanke mich bei allen, die mich durch meinen bisherigen Lebensweg gerade im Biathlon begleitet haben. Das fängt an bei der Familie, das hört auf bei der Gemeinde, das hört bei Fans, bei Vereinen, bei allen möglichen. Und von daher ist es schon ein Dankesagen, aber ich genieße es natürlich. So viele Menschen sind wegen mir heute da. Und ich werde mich feiern lassen, werde mich so ein bisschen verabschieden vom Sport, aber auch so mein Willkommenheißen in Walga auch genießen. Vielen Dank, Magdalena. Bitte.